Ciao, Siegret, wir haben jetzt August und alle Augustöpfel sind schon ab. Ja, aber im August beim ersten Regen pflegt die Hitze sich zu legen. Ansonsten sind die Hundstage heiß, bleibt der Winter lange weiß. Die Hundstage sind vom 23.07. bis zum 24.08. Also, wenn dem so ist, dann kannst du dich im Winter wieder gut erfrischen. Die Eva im Paradies. Ja. Danke. Dann sag mal, Sieg mal, musst du denn an jedem Rad reden? Nein, die sind immer zu klein. Der Kluge bemerkt alles und der Dummer macht zu allen Bemerkungen. Ich bin schon ruhig. Na, was stehst du da rum? Weißt du was? Ich muss dich mal in die Spur kriegen. Du willst mich einnoten, wie willst du das machen? Hier? Hier geht's lang. Hahaha. Hahaha. Bitteschön. Und da bin ich wieder. Bumerang Spur. Schön ruhig ist es hier. Ruhig. Ja, hier ist die Zeit stehen geblieben. Und zwar, weil du keine Uhr dran hast. Ja, im Urwald brauchst du keine Uhr. Ja, ich weiß auch, wie spät es ist. Und zwar ist alles zu spät. Na, Führerin. Du kennst dich doch aus. Ich denke, wir sind hier in der anderen Graben-Tour. Auf der Graben-Tour. Und es geht hier nicht im Graben lang, sondern fast nur bergauf. Ja, das ist hier mal kurzzeitig das obere neue Geschrei. Dann wirst du gleich wieder hören, das obere neue Geschrei. Sieh mal, sind wir dann hier auf dem rechten Weg. Ja, wir sind auf dem rechten Weg. Denen geht es gerade aus. Das ist aber politisch nicht korrekt. So geht es nicht. Das ist aber politisch nicht korrekt. 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 Das ist aber politisch nicht korrekt.